Hallo Leute, willkommen zurück zu einem ganz komischen Spiel namens Traumfänger. Hö, hö, hö. Und ich weiß nicht, was ich tun soll. Naja, irgendwie durch Zufall werde ich schon irgendwie was richtig hier machen. Naja, irgendwas... Irgendwie muss es ja hier weitergehen. Okay, das haben wir in der letzten Folge auch schon entdeckt. Ich will was Neues sehen hier. Ja. Und hier gibt es wirklich nichts zu drücken hier. Irgendwas hier, das kann doch nicht sein. Na nu, was ist das? Abgeschlossen? Hallo? Hallo? Vater macht nicht auf. Ich glaube, es gab einen Ersatzschlüssel für die Tür. Mutter hat ihn immer hier draußen irgendwo versteckt. Naja, okay, es gab hier einen Ersatzschlüssel. Und dann suchen wir einmal. War das nicht... Moment mal, das muss ich erst wieder wegschieben. Fast verschieben. Ja. Das ist ein Durchgang. So komme ich in den Hinterhof. Okay. Das haben wir in der ersten Folge von diesem Projekt auch schon mitbekommen. Das hier ein Durchgang ist. Und nun schauen wir... Was ist das? Hat Mutter nicht hier immer einen Ersatzschlüssel versteckt? Ich brauche irgendwas, um ihn auszugraben. Ah, okay. Ich brauche jetzt also definitiv eine Schaufel, irgendein Instrument, womit ich irgendwas kaputt machen kann. Ich drücke einfach alles. Also überall irgendwo was drücken. Es wird schon irgendwie funktionieren. Hier muss es doch irgendwas geben. Oder ich muss... ...im Vorgarten nachgucken. In der Garage sozusagen. Aber da komme ich ja auch nicht so rein, oder? Hä, was ist das? Ich würde sagen, das ist ein Grafikfehler, oder? Naja. Hier gibt es wirklich nichts. Ich drücke hier wie in Gestörter und ich weiß nicht, wie es hier weitergeht. Hm, 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 hm. Im Briefkasten wird wohl kaum eine Schaufel drin sein. Ah ja, mal gucken. Vielleicht hier hinter diesem großen, fetten Baum. Na, komm ich auch nicht vorbei. Hm. Normalerweise dürfte man ja eine Schaufel nicht so einfach übersehen, wenn die hier irgendwo liegen würde. Ah, doch, ich seh hier was ganz Kleines. Was ist das? Hier liegt doch irgendwas. Ah nein, vielleicht ist es auch ein Grafikfehler. Keine Ahnung. Oder meine Augen sind durch einen Zauber getäuscht. Da hinten ist eine Schaufel. Jetzt hier sehe ich eine Schaufel gefunden. Juhu, endlich. Okay. Jetzt kann ich mit der Schaufel irgendwie schon was töten, oder? Nein, schade. Aber mit der Schaufel kann ich logischerweise den Ersatzschlüssel ausgraben, der hier hinter diesem Hof sich verbirgt. Mit der Schaufel könnte ich ja mal nachschauen. Hoffentlich ist der immer noch da. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Hausschlüssel gefunden. Okay. Das war jetzt ja gar nicht mal so schwer. Nun, mit diesem Hausschlüssel kann ich logischerweise die verschlossene Tür nun entsperren. Dün, 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 dün. So, mal gucken. Hm? Ich habe diesen Aberglauben nie begriffen, aber Vater hat darauf bestanden, ihn hier aufzuhängen. Aber es reicht. Ich denke, er hang lange genug hier. Hm. Ich habe jetzt dann so dieses komische Ding, was da auch immer, was es auch immer für ein Gegenstand war, genommen. Egal. Ja, die Tür ist nun offen. Ich will rein. Oh, das sieht schon mal ganz gut aus. Hat sich ja kaum was verändert hier. Sieht so wie bei mir unterm Sofa aus. Nee, Papa sollte oben sein, meinte Pastor Callaghan. Ich sollte mal nach ihm schauen. Dün, 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 dün. Verschlossen. Hallo? Ist hier jemand? Habe ich mir das nur eingebildet? Hm. Jetzt geht es schon mit diesen Selbstgesprächen los. Holy shit, das ist Jesus. Hallo Vater. Ich bin gekommen, um dich zu töten. Ich bin wieder da. Hallo? Ja, und jetzt? Scheinbar ist er so tief deprimiert, dieser Vater da, dass er nicht in der Lage ist, mich zu registrieren, beziehungsweise wahrzunehmen. Schade. Ich öffne mal die Kommune, was das sein soll. Au. Nichts. Hö. Naja, egal. Der Kleiderschrank meiner Eltern. Was ist das? Einige Familienfotos und Klamotten. Naja, ich glaube hier gibt es nichts, obwohl dort vorne habe ich noch nicht nachgeguckt. Nein, hier gibt es nichts mehr. Hm, was soll ich jetzt machen? Ähm, was ist das? Kann ich auch nicht benutzen. Hö, das ist ja mein Zimmer, oder? Hm, das sieht ja aus wie bei mir unter dem Sofa. Lange ist es her, dass ich in diesem Zimmer geschlafen habe. Damals habe ich mir geschworen, nie wieder einen Fuß hierher zu setzen. So schnell kann man sich irren. Hm, naja, was soll ich? Erstmal eine Runde saufen. Ach so, ich kann mich wieder bewegen. Hanna, nu. Öffnen. Verschlossen. Die Schublade ist seit Jahren schon verschlossen. Ich habe den Schlüssel dazu irgendwann verloren. Vater hat sich nie um ein neues Schloss gekümmert. Ach du, meine Güte. Ein leeres Glas. Primitiv und einfach. Mein Mülleimer. Das Grauen von der Hölle. Mein alter Kleiderschrank. Es sind keine Klamotten drin. Mein alter Ball. Ich habe gerne damit gespielt. Tja, und jetzt. Das Haus sieht ja schon mal sehr düster aus, aber was ist das? Hä? Da klitzelt doch was. Ich kann da nicht rein. Ich würde die Toilette aufmachen. Äh, ich muss mal. Na, ist das ja auch ein Schaß. Funktioniert ja nicht mal. Hä? Ein paar Grafikfehler gibt es hier definitiv. Ich finde, Apartment ist ein bisschen besser. Naja. Okay, dann gehe ich mal runter. Da ist ja schließlich ein ganz großer Raum, der schon sehr verlockend aussieht. Die Küche. Und das sieht mir sehr schwer nach einem Prinzip von Department aus. Also eine sehr, eine gewisse Ähnlichkeit hat dieses Zimmer schon mit The Apartment. Naja. Mal gucken, was sich hier draus entwickelt. Ich kann hier nichts aktivieren. Doch, ich möchte mir hier jetzt nicht die Hände waschen. Das scheint der Brief zu sein. Den Pastor Culligan meint er. Wenn du mein Sohn das hier liest, voller Schmerz und voller Hass, so lass mich deinen Weg begleiten. Auf den steilen Treppen zum Sieg. Äh, in den Himmel sein. In Liebe. Mumm. PS erinnert dich an unsere kleine Botschaften aus deiner Kenntheit. Das ist alles. Sie hat nichts hinterlassen. Kein Geschenk. Nichts zum Gämen. Naja, ich dachte, ich bekomme eine Playstation 3. Ich kann einfach nicht glauben, dass sie einfach einen Brief schreibt und alles so enden lässt. Irgendwas passt hier nicht zusammen. Irgendwas. Was ist denn? Eine raue Stelle an der Rückseite des Briefes. Ich erinnere mich an eine Situation von früher. Mann, was hast du mir geschrieben? Verrat's mir. Hallig scheiße. Nein, Thomas. Das musst du schon selber herausfinden. Äh. Voraus hat mir Mumm immer geheime Nachrichten geschrieben. Diese geheime Schreibstifte. Aber wie konnte ich die Schrift dann lesbar machen? Womit nur? Was war das? Lol. Das ist nicht normal. Da stimmt doch irgendwas nicht. Irgendwo ist da was faul. Hö, 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 hö.